Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich habe vier bis fünf Stunden Geode gespielt. Ja, bisschen viel gegrindet. Es ist sehr viel passiert. Ich kann euch gleich mal Timeless einsenden und habe so circa 1000 Boxen gefarmt und 110 Geode. Also das waren so 70 bronzene Eier und zehn von denen und zehn von denen. Also noch von diesen einzelnen Arten. Ja, guckt es euch einfach an. Ich zeige euch erstmal eine Timelapse und danach gibt es ein Opening. Ja, wie ihr gesehen habt, war es nicht so erfolgreich. Ich habe keinen einzelnen seltenen Mount bekommen von diesen Kisten da. 35 Drillbits oder so oder 35 und man braucht für die zwei Mounts 200 insgesamt. Das heißt, man braucht so circa 4000 Kisten. Alles klar, aber egal. Es wird die nächsten Tage einfach weiter gegrindet und wenn ich irgendwann mal ein seltenes bekommen oder ein Legendary Egg, dann mache ich mal wieder ein Video. Aber wenn euch das kurze, kleine Opening gefallen hat, lasst gerne Like und Abo da und wir sehen uns beim nächsten Video oder Stream. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.